Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Siedler 2 Gold. Ich bin's wieder, euer Patti, hier für euch live am Start. Und wir hatten in der letzten Folge unseren Gegner kennengelernt. Noch ist alles recht entspannt. Wir sind eigentlich noch Verbündete. Aber so wie ich hier aufrüste, glaube ich, wird das nicht von Dauer sein. Ich weiß nicht, vielleicht greifen sie mich auch nicht an. Vielleicht stimmt auch der Tipp. Ich kenne mich da nicht so aus. Wäre gar nicht so übel. Wenn ich so einer Konfrontation aus dem Weg gehen könnte. Auf der anderen Seite haben wir auch schon wieder den Gegner. Hier im Übrigen nochmal ein bisschen Gold. Und natürlich Geologen, die keine Lust haben zu suchen. Zack. Ah, hier gibt's so viel zu erkunden. Eisen haben wir hier. Ah, Kohle, das lassen wir. Also wirklich sehr, sehr viel zu erkunden. Ein ganzer Hügel. Wir bahnen uns hier unsere... Unser Weg durch die Mitte quasi. So, hier gleich nochmal ein Erkundungs-Team mit hin. Rohstoffe kommen weiterhin nach unten. Wie sieht's eigentlich hier aus bei der Essel-Sucht? Weizen hat sie bisher noch nicht bekommen. Auch ein Grund mehr, warum ich unbedingt noch mehr Farmen haben möchte. Und wir setzen das mal alles gleich. in der Hoffnung, dass auch Weizen an die Orte hinkommt, wo es hin soll. Kohle gefunden. Ah, hier geht's direkt weiter. Hier haben wir noch ein Stück Gold. Ab hier fängt schon wieder Eisen an. Hier Kohle. Eisen. Ein bisschen Kohle. Nee. Wenn, dann schon richtig. Jetzt tun wir dann gleich weiter. Verzeihung. Gold gefunden. Ah, hier fängt schon wieder Gold an. Gar nicht so schlecht. Granit. Hätte ich mir auch denken können. Hier wieder viel Kohle. Kohle. Sucht ruhig weiter. Den ganzen Berg absuchen. So wie es im Ödland war. So hatten wir es ja auch. Bisher läuft eigentlich alles noch gut. Keine Probleme. Die Bergwerke sind sehr gut versorgt. Alle 100% am Laufen. Freut mich natürlich, wenn sie alle ihre Lebensmittel bekommen. So. Nächste Wachstube ist besetzt. Das heißt, wir könnten jetzt auch von hier unten Geologen da nach oben schicken. Aber nicht über den Weg, oder? Ja gut, doch. Machen wir. Ja, dann können wir auch hier hin machen. Zack. Ähm, Moment. Wir machen mal hier wieder das hin. Und dann sucht doch gleich mal mit von hier unten. Drei Stück, wenn da noch welche da sind. Ach, er baut schon. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sperrturm besetzt. So, dann schauen wir mal. Ah, bisschen was haben sie ja schon. Logischerweise kommt man an den einen Turm nicht ran. Also an den hier, an die Wachstube nicht ran. Aber dafür wird sie ja vorne schon sorgen. Bis die Baumaterialien da sind. Das dauert halt noch ein bisschen. Aber ein schöner erster Eindruck, den wir übergewinnen können. Auf jeden Fall bauen wir hier schon den nächsten Wachstubenposten. Ja, mal alles, nichts. Das ist alles Witz. Ein Witz, sag ich euch. Da nutzt es nicht mal irgendwas hinzubauen. Wenn so wenig Kohle vorhanden ist. So, hier haben wir Granit. Naja, benutzen werde ich zwar eh nicht, aber trotzdem bauen wir es erstmal hin. Hier Kohle. Wie sieht es denn aus? Oh, jetzt war gerade das erste... Na gut, Schloss steht trotzdem noch. Irgendein Eisenbergwerk war jetzt zu Ende. Ja. Das hier. Verbinden wir gleich das nächste. Läuft ja schon mal sehr gut. Also wir hatten glaube ich drei sogar gebaut. Ja. Da können sie hier erstmal in aller Ruhe die ganzen Eisenbergwerke aufbrauchen. Wir haben ja so viele hier. Na, es dauert erstmal, bis die alle verbraucht sind. Hier hätten wir nochmal Kohle gehabt, aber... Da stehen wir uns noch ein bisschen selbst im Weg. Oh, ist nicht so wild. Granit. Ich werde jetzt hier den Weg noch nicht abreißen. Wir müssen dann auch noch bis hier hinter. Also die müssten nur noch ein bisschen weiter suchen. Da hier eh kein Schild war, also Schild mit nichts drinne, nehmen wir jetzt den Weg. Aber Gold können wir von hier noch nicht erblicken. Das ist ja auch Eisen und Kohle, was sie hier haben. So, Katapult ist fertig, aber bloß noch nicht besetzt. Doch, jetzt. Und schon kann es losgehen. So, das erste haben sie verloren. Wie sieht sie aus? Sind wir noch Freunde? Ja, wir sind Freunde. Also klappt der Trick momentan ja doch. Oh, eine gute Position, die ich hier habe. Wenn einmal die hier weg sind, die Wachtürme, läuft das doch von alleine. So, dann würde ich sagen, wir gehen auch hier gleich mit einer Burg ran. Zack. Gleich Gold mit rein. Leute. Ja gut, wir wollen nicht so sein. Kriegt halt jeder mal ein bisschen was ab. Heute sind wir mal ein bisschen großzügig. Aber mir wäre es am Anfang doch noch lieb. Ja doch, wir machen es erst mal anders. Wenn erst mal... Ja, quasi hier in dem Bereich was reinkommen würde. Danach können wir uns immer noch überlegen... An anderen Stellen auch oft zu bessern. Keine weiteren Steinbestände. Dann weg damit. Da habe ich schon einen guten neuen Platz eigentlich. Weil wir brauchen hier unbedingt noch jemand. Zack. Um das hier erst mal alles wegzumachen. Da können wir hier eine direkte Verbindung machen mal. So, wie sieht es denn hier aus? Ein bisschen Gold. Ja, wir wollen mal nicht so sein. Wir machen mal ein bisschen Gold hin. Man soll ja alles ausschöpfen, was man hier hat. Hier noch ein bisschen Kohle. Ansonsten bisher nichts, wo wir noch was bauen könnten. Erst mal in die Nähe. Yay, das hat super geklappt. Und die Frage. Sind wir wieder Freunde? Wir bleiben Freunde. Sehr schön. So, unsere Burg wird jetzt gleich besetzt. Von einem Soldaten. Können wir ja froh sein, dass wir noch nicht angegriffen haben. Achso, ja. Mir fällt gerade ein. Alkohol hier raus. Jetzt kann ich es ja machen. Jetzt haben wir ja die Gelegenheit dazu. Wir lagern das Alkohol auch nicht hier ein. Genauso wenig wie Rüstung. Das soll alles wirklich hier reinkommen. Da, wo wirklich das gebraucht wird. So, und da kann ich gleichzeitig da wir jetzt wieder Farmer haben werden. Nicht das. Sondern das hier bauen. Eine Farm. Und die hätte ich gerne hier hin. Und... Oh, wir haben sie besetzt. Hier ein Schloss. Zack. Da hat es ein bisschen gebrannt. Nicht? Hier hätte ich auch gerne große Schlossen. Wir nehmen jetzt erstmal viel Platz weg. Und hier gleich nochmal ein Katapult. Auch wenn das nichts bringen wird. Aber... Erstmal... Haben. So, hier oben kommt jetzt gleich der nächste. Militärgebäude besetzt. Also großes Land, was sich uns hier erschließt. Granit, Granit. Alles voller Granit. Kohle. Ja, gut. So ganz zufrieden bin ich immer noch nicht. Wir haben ja immer noch so vereinzelt. Durchsucht mal hier unten noch ein bisschen was. Ich würde gerne wissen, was hier unten noch alles so ist. Danach geht es hier rüben hin. So, hier könnten wir jetzt eigentlich schon wieder ein Katapult bauen. Einfach, weil uns danach ist. Wir haben so viele Schlösser hier. Dann lasst mal die Leute ausbilden, nicht? So, Schmiede ist weiter am Bauen. Wie viele, äh... Senzen habt ihr hier jetzt? Hier persönlich gar keine. Hier drei. Dann mach erst mal kurz Pause. Könnten wir noch drei bauen. Hier haben wir jetzt eine Farm. Hier möchte ich jetzt einfach noch eine Farm hinhaben, auch wenn das wieder enge wird. Tja, die bauen jetzt erstmal neu auf. Ich will hier mal kein Schloss hinhaben. Macht mal... einfach mal so ein nettes Wachtürmchen da hin. So. Hier ist ein Schloss. Dann macht es hier mal auch noch ein Lager hin. So, da hier oben noch viele von den Rohstoffteilen ist, von den Bergwerken, hier gleich eine Fischerhütte. Am besten hier auch noch klein mit. Zack. Sehr schön. Ähm... Was haben wir denn noch so Schönes? Ah. Ihr könnt ja schon mal gucken, was wir hier alles so hübsches da haben. Da ist ja... Ach nee, hier geht's gar nicht drüber. Ei. Das ist ja doof. Müssen wir doch den Weg nehmen. An die kommen wir doch nicht so leicht ran, nicht? Schlimm. Es sei denn von unten. Ja, sehe ich es gerade. So, nach dem starken Landverlust von dem Soldaten, aber nicht an den Bergwerken, da scheint es nicht zu hapern. Die scheint es nicht getroffen zu haben. Geht's jetzt auch schon weiter? So, wie sieht's eigentlich aus? Könnten wir hier noch... Boah. Bauen wir einfach noch einen Berg... Äh, äh... Katapult mit hin. Eisen gefunden und speichern auf jeden Fall. Ähm... Auch hier, sage ich mal... Hier oben. Militärgebäude besetzt, das war in Ordnung. Cola Hammer. Ja, könntest du hier dran lassen. Auf jeden Fall haben wir genug. Ah, hier unten ist alles leer, das... Na, da können wir ja hier gleich dran bauen. Aber dass hier nichts ist, sucht mal hier gleich mit. Ich geb mich hier nicht zufrieden. So, hier können sie gleich... Ah, ne, doch nicht. Keine Fahne hinbauen. Hier passt kein Kohle mehr hin. Hier bauen sie jetzt gleich wieder eine neue Schmiede und alles hin. So, da wollen wir mal schauen, wie schnell die Materialien nach unten kommen. Eigentlich müssten jetzt schon langsam die ersten Esel mit da sein. Ja, hier. Wollte schon sagen, warum kriegen die Eselzucht nichts? Bisschen arbeitet sie. Obwohl eigentlich so viel an Farben da sind. Das dauert halt wirklich noch, bis das ganze Material hier unten ist. Schickt es gleich mal mit hier durch. Das wäre ganz gut. Also, wir müssen so ein bisschen immer Abkürzungen bauen. So, hier sieht es auch soweit ganz okay aus. Außer, dass mich hier ein bisschen ärgert. Doch, hier konnten wir das Katapult bauen. Wir haben die so ein bisschen voneinander abgeschnitten, nicht? Der kommt ja jetzt hier gar nicht weiter mit seinen Steinen. Schade, dass wir die Rohstoffe dann nicht nutzen können, wenn wir das Land erobert haben. Tja, aber man kann ja nicht alles haben, nicht? Also, das nächste Katapult wird gebaut. Und hier geht es auch schon weiter. Wir schleichen uns mal ganz leise hier oben lang. Aber wir kommen ja hier gar nicht rüber, oder? Ich glaube, wir kamen hier gar nicht rüber. Ah, baue es mal mit hier hin. Jaja. Ja, mal sehen, wie es dann aussieht, wenn wir... Ah, hier kommen wir nicht lang. Ich glaube nicht, dass da Handwerker rüberkommen wird. Hm. Ui, ein gutes Farmland. Hier gleich mal ein Wachtturm hin. So, dann möchte ich hier eine Farm haben, da wo du gerade das hinbauen willst. Hier möchte ich zwei Schweinezuchtnähen haben. Ah, toll. Wie jetzt? Nicht erlaubt. Kommt da gar nicht ran? Das ist ja ein Armutszeugnis. Kann ich ja nicht mal eine Schweinezucht bauen. Na doch, hier eigentlich. Schweinezucht? Dann dürfte es ja eigentlich hier gehen, oder? Ja. Warum geht dann hier keine Schweinezucht? Geht doch. Warum denn nicht gleich so? Äh, wir brauchen noch eine Fleischerei. Fleischerei. Hier noch ein Wasserbrunnen. Sehr gut. Dann passt das schon alles. So, hier möchte ich gerne gucken. Hier möchte ich sowieso noch mal gucken. Also, Geologen dahin und Geologen dahin. Hier gerne auch noch mal ein großes Schlüsslein, oder nee, lieber ein Wachtturm. Ich möchte ein bisschen mit den Materialien sparen, die ich gerade habe, besitze. So. Gebäude durch dieses Land verloren, aber es scheint alles ganz zu sein. Auch unser Wachtturm hat es nicht getroffen. ein Grund mehr. Jetzt müsste eigentlich unser Katapult gut treffen können. Das nächste Katapult ist auch fertig. Unsere Burgen auch schon voll bis jetzt? Nee, noch nicht. Da wird gerade nach und nach nachgefüllt. Ja, dauert halt noch ein bisschen, bis das alles so ein bisschen fertig ist. Tja, meine Freunde, auch an dieser Stelle würde ich wieder beenden wollen. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit einschaltet. Mal sehen, in welche Richtung es mich treibt. Ich weiß noch nicht, wo das Tor ist. Hoppala, schon gleich wieder die Teller. Das hatte ich beim Anfang schon mal. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet und sage, bis dahin, euer Paddy und ciao.